P. Diddy steht im Zentrum schwerer Anschuldigungen. Der Rapper wird in New York wegen angeblichen Sexhandels und Erpressung verhaftet. Jetzt werden seine berüchtigten Partys kritisch hinterfragt. Alte Clips von Khloe und Kourtney Kardashian, die von Diddys Partys schwärmen, tauchen plötzlich im Netz auf. Diese Aufnahmen sind rund zehn Jahre alt. In einem TikTok-Video erzählt Khloe, dass die Hälfte der Partygäste nackt gewesen seien. Auf Instagram sorgt ein alter Beitrag von Khloe ebenfalls für Aufsehen. Darauf posiert sie mit ihren Schwestern Kim und Kylie sowie Diddy selbst. Khloe kommentierte damals, nichts geht über eine Diddy-Party. User fordern sie nun auf, das Bild zu entfernen. Weitere erschreckende Details werden aus einem Tagebuch von Diddys verstorbener Ex-Kim Porter bekannt. Es wird suggeriert, er habe sexuelle Beziehungen mit männlichen Teenie-Popstars gehabt. Seit März laufen die Ermittlungen gegen den 54-Jährigen. Neben Sexhandel wird ihm auch Erpressung und sexuelle Gewalt vorgeworfen. Die Enthüllungen werfen ein düsteres Licht auf Diddys Vergangenheit.